Hallo und Willkommen zurück zu Sniper Elite Jetzt wollte ich schon V2 sagen, aber Sniper Elite 4 Wir waren gerade dabei die Offiziere zu töten Einen haben wir gerade erwischt Die versuchen natürlich alles störend heimlich, deswegen dauert das alles ein bisschen länger Wollen wir Ja wir wollen Also wenn du M drückst Möchten wir da jetzt über die Brücke gehen Gleich zum Schmidt hoch und die Kamera kaputt machen Oder erst rechts rum erst die ganzen Offiziere und so als Sahnetupferl den Schmidt töten Ach so, ach ja stimmt, ach da hinten ist ja auch noch ein 8 Es ist eigentlich ne Geh doch Die Offiziere sind auch Hauptaufgaben, oder? Ja, hab gerade nachgeschaut Ja dann mach mal das da Ich hab's markiert Was? Ich glaube ich hab's markiert Ach das ist blau oder? Bei mir ist es gelb, aber Ja, okay, also dann den Erstoffizier rechts unten töten einfach, oder? Ja, also direkt unten, ja Okay Ah ja genau, es ist auch blau markiert, wenn man da Nicht in der Karte ist Bei mir ist es gelb Ah ja wahrscheinlich ist es weiß Dann gehen wir mal in die Richtung Müssen wir mal aufpassen, wir hier waren irgendwo welche Da rechts sind zwei, bei dieser Hölle da Ich gucke noch, ob hier links wer ist Ja ja, die meine ich ja Boah, jetzt wäre eigentlich gerade schön, ne? Ach, jetzt müssen wir wieder so lang warten Aber die können wir eigentlich wieder so schön im Duo zerstören Ist einmal leer und dann mach wie schnell im Nahkampf du den linken, nicht den rechten oder andersrum Oder schießen wir lieber? Boah, wir schießen so selten, komm Kommen wir das überhaupt drunter Naja Aus den rechten erwischt ich Wollen wir eigentlich dann hier runter oder auch dann hier hoch gehen eigentlich dann? Ah, da kommt die Flugzeuge Ich nehme den re... äh Was sag? Ich nehme den links, nehme ich Gut Inja Hart Aber bei mir ist er beim ersten Schuss nicht gestorben, ne? Achso, echt? Deckohr unten am Strand Haben sie jetzt gehört? Das finde ich ein bisschen doof Ich meine, wozu ist das überhaupt? Wenn die dich dann sowieso von Timbuktu hören Kann man echt damit fahren, oder? Ich kann damit nicht fahren Ne, doch nicht Hätte ich gedacht Aber es sind auch wieder zwei Ich hole mal... Ich versuche mal die Leiche gleich zu verstecken So Feind sucht Ja, schnell Nicht durchsuchen Aufheben Jetzt legt er ab Was ist denn das jetzt? Hä? Ja, ich schaue unten immer hin, was steht Und dann Jetzt ging's Warte Heck Können wir den unten eigentlich? Ist der alleine? Können wir den... Ah ja, der andere ist nicht markiert Können wir vielleicht auch... Achso 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 Na gut, aber die Kameram schlecht Verkommen Na gut, außer die ist natürlich noch wirklich allein Aber der eine ist gerade irgendwie... Obwohl der andere ist irgendwie so... Können wir... Jetzt kommt der andere raus Komm schon... Wie ist es der andere die ganze Zeit ab? So ein Blödsinn Lärm, bitte Kannst du eigentlich... Siehst du alle beide? Bei einem? Ich kann beide... Ja... Welchen nimmst du? Der... Der im Gras steht Der gerade raus geht Okay Was der gerade geht, oder? Ja, ja Den nehm ich Flugzeuge? Kommen Ja Passt, oder? Perfekt Super Dann hat's... Das auch erledigt Ja, dann gehen wir weiter In der Richtung Alter, eigentlich haben wir alles Was wir markiert haben Waren eigentlich nur in dem kleinen Bereich Holy moly Jetzt denkt dran Dass jetzt eigentlich nichts mehr markiert ist hier Oder wenig Also links sind Gegner Okay, hier kommen wir Irgendwie müssen wir uns da oben erst irgendwas markieren Oder wir gehen unten lang Keine Spur von ihm Ich halte besser die Augen offen Oh, das ist jetzt blöd Ach, so, das wär wieder da Also wenn ich mal eine Zeit lang nichts rede Das hast du natürlich gerade Nase putzen Okay Nicht, dass dich wundert Wenn ich mich nicht bewege und nix sag Dann Also putzing time Bleib los, wach da! Das sind da irgendwelche, aber ich seh grad niemanden Ah, da, okay B Markieren erstmal Also das ist Nummer eins Achso, wenn, ach Wenn das nur Punkte sind, sind sie noch nicht markiert Sozusagen, oder? Achso, da ist noch einer Achso, da ist noch einer Da ist noch einer Ah, mit dem Generator könnte man eine herlocken theoretisch, ne? Mit dem Generator? Der direkt vor uns, der da rum Da, wo der Rauch halt rauskommt Ja gut, herlocken Ich mag mal nur kurz hoch gucken, ein bisschen, ob da noch welche andere sind Eigentlich wär da keiner mehr Doch, schau auf die Minimap Die stehen doch direkt nebeneinander, die zwei Oder ziemlich nah Also bei mir ist doch nur einer markiert Alter, siehst doch diese weißen Pfeile überlaufen Drei Stück Vier Ja genau Da ist noch ein weißer Punkt Und der ist nicht Drei Pfeile und ein Punkt Genau Der andere ist gut, der andere schaut grad weg Der andere schaut doch grad her Ich trau mich nie ran zu gehen Zurück, zurück, zurück Der andere muss vielleicht weg Oh oh Warum bist du so aggressiv vorgegangen? Der hat dich gesehen? Nein, hat er nicht? Ich war doch schon längst weg Du bist stehen geblieben Das war das Problem Geh mal einfach ein bisschen zurück Der darf jetzt auch nicht leicht nicht finden Ja, das ist eigentlich auch stimmt Ich versuche ein bisschen rechts zu laufen Vielleicht bringt das ja was Boah Es sind jetzt drei alarmiert da oben oder was? Ja gut Er hat die Leiche wahrscheinlich schon längst gesehen Warte ich gleich, doch mal her Komm her No, jetzt läuft er weg Alles klar Hallo Komm her Komm her Komm her Komm her Komm her Ich schieße sie gleich in den Kopf Oder so Was? Wieso? 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 Keine Ahnung Ich weiß es nicht Ach da hinten auf der auf der Dings ein paar Ich nehme mal die Leiche hier Ja Und schmeiß sie doch mal in dein Gebüsch So zwei habe ich schon mal wieder markiert Boah das sind doch immer mehr Gegner als man denkt Kacke Die Karte ist irgendwie schon ziemlich groß muss ich sagen Übel Also bis man dann mal bei diesen Offiziersbereichen ist Die zwei Halt da ist noch Werden noch mit Da Wollen wir trotzdem die zweite vorher einfach killen Beim nächsten Lärm Ich habe Angst wenn ich jetzt die Leiche aufhebe Dass sie mich sofort sehen Gut das ist jetzt ein bisschen beschäftigt Lalalalalala So ist bei mir auch alles klar Gleiche ist weg Bei mir ist alles klar Ist alles halt weg Verdammt So können wir jetzt irgendwie weiter gehen Oh man 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 Ich komme mal zu dir Da können wir die zwei da oben eigentlich ignorieren Erstmal oder Mep Weil sonst wie immer Eigentlich schon Wir müssen irgendwie gerade durch Gehen wir erstmal Und Sehen wir uns jetzt wenn wir da Obwohl die ist schon gerade nicht her Ah da ist aber noch einer Wir können ja links gehen Den könnte man Nahkampf glaube ich rausnehmen Ja Weil der so alleine da steht Bad luck ey unser Timing wieder Und da ist noch einer vor uns Ja ich sehe es ob der ist nicht Bad luck timing ey wieder genau wenn ich hinter ihm stehe dass er sich umdreht Ja Komm Nahkampf Ich hoffe dass das jetzt geht bei mir das scheiß Nahkampf Ich ziehe es sich jetzt halt mal hin Ja So kann Ich vermisse meine Gott Oh Gott Aber wieso dreht das sich wieder genau jetzt um Ich verstehe das nicht Holy shit Vorsicht Ja ich bringe nur die Leiche weg Ja ich bringe nur die Leiche weg Mit dem Leichner Dreh dich um Dreh dich um Dreh dich um Dreh dich um Turn around bitch Könntest du denn schießen ja Schießen wenn wenn Ah warte der andere kommt Oh Oh ok ok Es hätte mal Ja Und ich gehe nach links und guck mal dass ich den anderen erwische wenn du den killst Ja Weil wir die eigentlich jetzt gleichzeitig kriegen Oh alter wenn Nein 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 Also beim Geräuschkürt musst du ja schießen Ja Mit äh Pistole oder mit Gewehr Ich gehe hier auf und dann muss ich ja mal schießen mit dem Gewehr Also wenn ein Geräusch äh so umzeige kommen würde ich schießen mit dem Gewehr Ich den Linken du den Rechten Mhm Dass sie sich siehst Ist es bei dir eigentlich auch dass sie sich mal nicht mehr so hinknigen ganz kurz Nee Voll failartig irgendwie so Oh 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 Obwohl Könnt man eigentlich Ja wir schießen mit die Pistole Jetzt Passt Ey alter funktioniert irgendwie nicht immer so gut muss ich sagen irgendwie ganz komisch es ist sehr schwierig wirklich effizient zu spielen weil das spiel irgendwie so also ich was ich hart finde dafür dass das spiel darauf ausgelegt ist es schleichen hier extrem schwer in irgendeiner also ich meine es gibt spiele die schwerer sind es auf schleichen ausgelegt war irgendwann spiel war das mal was verhandelt wo es ja nicht gewissen sondern weit lands 1 poli moli da war schleichen schwer das brief hast du auf ich weiß nicht ich glaube es zählt für uns beide glaube ich ach jetzt sind wir wie runtergelaufen ja irgendwie müssen ich hier oben bleiben auf aller fälle finde ich das spiel irgendwie die 10 nicht oder hören nicht immer das ist das ding ich meine man kann immer wieder alles wenn man geduld hat kann man es immer wieder in ruhe bringen aber eigentlich ist es falsch also die eigentlich sind wir immer alle mir dass sie wissen dass wir da sind da oben ist man muss ein adler ja ich sehe es ich schließt mal guckt jetzt meine richtung oder nee alter hat mich gerade gerissen das sind für überall gegner das wirst du schon ich habe nichts ich habe gedacht zeitlupe ergegnet schießt auf dich oder nee nee dass du halt auf den gegner geschossen hast dachte ich so ja was dreht sich schon um da ist noch einer nicht markiert hinten beim bau ich will immer b und dann zu zielen aber dass man nicht markieren kann wenn man irgendwie durchs das ist so dumm so schnell markieren ach da müsste es einfach baristere dinge geben zum abstimmen ja das ist voll doof so wie in white lens das finde ich perfekt also 12 fertig aber dafür schleichen in white lens ultra schwer ja klar soll man den unten dann rausnehmen wenn es geräusch ist du den oben rechts vielleicht möchte drüben theoretisch dürfte es gehen oder dreht sich gleich wieder um oder oder geht es noch um du den rechts und nicht links wenn jetzt mal ein flugzeug kommen würde jetzt flugzeuge das nervt ein bisschen dieses gewahrte auf die flugzeuge weil das ist jetzt echt nicht der eine ist natürlich ziemlich nah deswegen muss man relativ schnell hin die leiche los zu werden ich weiß gerade gar nicht wenn ich wert hast du drück verlangt langsam sicher bei dir nett oder wie ist das eigentlich für jeden selber ist keine ahnung weiß ich nicht das ist total eigentlich krass wie das gemacht ist aber wohl alles verwendbare eingesetzt gleich auf die leiche push 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 der andere kommt gleich runter wo ist die leiche von meinem gut oder kommt da kannst du mal ich hörs richtig bände 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 ist nicht schlecht mit der tour und wir könnten eventuell einfach mit dem turm gucken dass wir den offizier vielleicht kill ohne einmal hoch die die nicht so man es abchecken er muss immer da aber ich kann ach moment ich kann kurz seit diesem generator lauter machen oder was kurzzeitig ja irgendwie keine ahnung aber auch schon mal springen soll großartig macht das ja auch kein schuss aber gut die hören halt dass dann generator ist ne hast du diese funk dinger kaputt gemacht aus an der halt ist mein generator das überlastet doch was ist sich hey kommen wir hier von hier jetzt nicht mehr auf 100 das müssen wir da ist eine schlucht dazwischen ich werde ob wir können wir gut aufräumen wir es kann einfach dauerhaft laut ist ja bei uns aber wohl ach so jetzt ist versteckt ihr nur zum schuss eigentlich vorsichtig jetzt von laut ist hier mit bei uns ich mag immer die leute und ich sehe aber auch keine ahnung leute mehr hier 1 was sind der offizier wahrscheinlich gar nicht richtig im haus da drauf eigentlich könnten wir die noch einfach noch aus dem ins laut ist und die anderen verschonen ich kann ihn da hinten killen ich glaube da mache ich jetzt auch bist du damit einverstanden am strand normalerweise ist da ja kein anderer der eine hat gesehen mich ein rad kratten geschaut ich dachte was gedacht den anderen der da hinten schießt ihr einfach hier ist auch genau jetzt sehe ich deine külken ach weiß der offizier ist ja deswegen sehe ich die külken in anderen erwische ich von hier nicht ach das sind zwei noch ja ich sehe manchmal deine külken jetzt habe ich die spiele gesehen ja ich sehe dann auch die ganze zeit augenschuss hast du gerade geschossen oder ich habe geschossen weil ich habe auch drauf geschossen so eigentlich haben wir die frage können wir eigentlich weitergehen oder vielleicht muss man nicht so ultra leise ich glaube das geht bei dem spiel gar nicht ich glaube du musst schon ein bisschen schießen und einfach immer gucken damit die halt nicht wissen wo du bist aber alle nach und nach wenn feind sucht dich entweder verstecken oder wie jetzt den einen rausholen weil da kommt gerade einer mal nur das gröbste zu verhindern wenn wirklich da steht voll alarmiert dass man ruhig bleibt und irgendwie defensiv spielt ja und halt wirklich versucht nur zu schießen wenn lärm ist oder halt mit der schalldämpfer aber ich glaube da kommt gerade eine person zu mir wo bist denn du eigentlich na gut ich bin ein bisschen rumgelaufen aber irgendwie grad zu mir hoch glaube ich ne ne die sind ganz unten am strand die kommen hier nach hoch ach das bist du ich habe gerade auf dich gezählt das ist nicht schlecht jetzt gewesen ja ich weiß nicht wie das jetzt mit denen ist bleiben die dauerhaft alarmiert oder sollen wir die raus machen hier geht es auch hier geht es runter hier könnte musst du rausnehmen musst du ihre aufnehmen ich habe irgendwelche sammler objekte aufgesammelt hast du die jetzt auch bekommen eigentlich? ja ach so die ist noch weit unten ja na die können wir ja lassen oder wo muss ich trotzdem können ja jetzt weil die alle so alarmiert sind obwohl da rand ich gerade noch oben ich glaube schon da kommt gleich links vom weg hoch wohl ne ich glaube ich stehe direkt unter uns da ne ah ja ich könnte den anderen rausnehmen da weil es weiter weg steht kannst du den unteren rausnehmen mit nahkampf oder so theoretisch ja ich schieße üte auf so ein fass schießen und explodieren bringen oh ich weiß nicht explodieren ist so laut ach so ja stimmt vielleicht äh der zieht mich schieß daneben ah Kopfschuss habe ich ist der andere auch tot ah jetzt sind die oben alarmiert genau als ob ich habe mit Schaltdämpfer ich habe geschossen mit meinem gewehr ach so ja dann gehen wir halt hier hoch mal alter eigentlich alter mit dem mit den schallgedämpften äh schießen ich schieße da dreimal daneben du hast ja jedes mal nur einen schuss weißt du ja das ist halt das ach da oben steht ach der ist noch etwas weg ach der ist noch etwas weg ach hier kann man hochklettern ach hier kann man hochklettern alles klar okay bei mir steht alles klar die beruhigen sich schon wieder die haben nur einen schuss gehört die haben keine leiche gesehen also prinzipien hier werfe einen tunnel ne ich weiß nicht wo es da lang geht keine ahnung eher nach unten obwohl wir müssen da ja irgendwie nach unten zu diesem anderen Offizier Kontrollpunkt sichern na das machen wir noch oh wo ist man hier wo das ist er Achtung 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 oh Gott wo hat er dich nicht gesehen oh ne wo alter war das knapp ist noch einer naja da ist noch einer da steht weiter ja der ist weiter weg oder das weiter weg und zu dem nachkampf rausnehmen dann oder soll ich den das schießen wenn er da ja wo geht denn der jetzt hin ich glaube ich könnte ihn rausnehmen ja aber vielleicht bevor jetzt ist es außerhalb der tür jetzt würde ich es nicht mehr machen jetzt haben wir zu lange gedrödelt aber ich geh da mal runter jetzt würde ich aber runter gehen ja ich geh jetzt schon runter da man verstecken oh geh halt oder was war das jetzt oder ist da überhaupt noch wer können wir den nicht einfach rausnehmen und dann wegtragen ist doch keiner mehr oder du gehst da ne 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 ich weiß es nicht einfach so aus laune heraus gott sein habe ich auf ihn gezielt gehabt bei mir das ist auch ein bisschen was zu nehmen muss ich so was auch bekommen ja frei von ich finde schön dass alles selbst und selber ein sammelt hier ja so mal mit gucken ist immer eigentlich gut ein bisschen nach rechts speicher mal rechts kommt ein bisschen oder direkt aus der linken könnte ich raus nehmen aber er ist wahrscheinlich noch irgendeiner nicht verkehrt ist also tschüss die leiche gerade ich versuch es was das wasser der stand fallen lassen jetzt toll jetzt liegt er neben dem busch jetzt ja das sieht schon besser aus was für eine kacke ich überlege gerade ob wir rechts rausgehen und das haben wir ja also da hinten rausgehen und reingehen und das haben wir die beiden dabei das ist schon hart also drei leute erwarte stein werfen kann man das vielleicht mal gucken was bestimmt ja der eine damals wie geht das jetzt eigentlich wenn du mit x kann ich habe kratz stein genau also wenn du jetzt mit den stein auswälzt man kannst du mit x zwischen pfeife und stein wechseln und dann musst du f drücken gedrückt halten für steinwerfen ich würde den einmal her der stein wird aber vielleicht dann weiter herlocken erwarte bis der eine wieder bei seinem häusel steht und wenn er da steht dann schmeiße ich mich stein deine richtung halt dann oder ja ich stelle mich dahinter die türe kann mich dann ausschleichen und den marken frau aber nur einer reagiert glaube ich kannst du noch was hinter dir werfen ja ich hab's ich hab's gemacht er geht vorbei der andere bleibt stehen knocher drück vielleicht zu tier locken mit pfeifen und so nimmst du mir also wie gehen jetzt pfeifen x dass du ein pfeif geräusch hast und dann f drücken naja und dann tausendmal e spam genau ist aber nicht gut weil mir steht leiche aufheben oh gottes warte ich schieße ich ziehe jetzt aber mal hin warte 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 wenn er weg geht warte kurz ich könnte schießen ja schießen ja falls es ist warte wenn er sich weckt dann kann ich ihn rausnehmen eigentlich warte dann gehe ich lieber in Sicherheit aber zielt trotzdem mal hin oh wie geht das verstehe ich jetzt auch nicht wo der hingeht geh nicht so schnell das ist jetzt dann tritt umgedreht wie schnell er sich umgedreht so richtig unrealistisch die kacke also das war kontrollpunkt nach wieso ist auf einmal ja nicht schlimm jetzt ist war der letzte ich verstehe es gerade nicht erst tut er sich so unrealistisch umdreht auf einmal läuft da los er hat mich nicht gesehen in nichts aber jetzt sind wir irgendwie unten herrenzen dritten müssen wir wieder oben kommen immer mega doof ach nee hier geht es nach oben sehr schön also wieso kann man die kamera so scheiß drehen wenn man es printet das kamerad ich hab's ja erwacht hä lol was was lol ach so was okay wir müssen vielleicht auch hoch ach so ich glaube wenn da man durch den tunnel rennt geht es auch okay lol da ist einer drin hm 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 wo kommst du nirgends verstecken hin ziel auf ihn ja ich hab da doch was gehört oh gott sei dank ich spamm auch immer nur noch e funktioniert einigermaßen ja ich will die aber echt in den busch schmeißen weil ich vertraue dem sachen nicht immer so hinter eine ecke oder so meistens funktioniert das nie so richtig ne ich hab die erfahrung von anderen spielen her dass das trotzdem dann irgendwann mal ganz blöd entdeckt wird das ist hier natürlich kein busch oder doch da na gut jetzt sind wir da anfangs wieder das müssen wir nach oben kommen gehen wir da wieder durch den tunnel durch und klettern nach oben wie verwirrend ist ich hab nicht gesehen dass da was zum springen ist direkt hinter der treppe weißt du so grenzen hoch und dann boah ist das geschert schön dass die bike extra gelb gestrichen worden sind für uns die ist ja nicht gestrichen das ist ja nur moos oder oder moos naja das geht sogar ganz hoch mal schauen wir mal was ist denn wie kann man irgendwas nehmen näher eine karre hier geht es noch mal rein ganz oben r moment das interessiert mich jetzt diese höhle wenn man da rein geht hier sind scharfschützen post außen posten kann ich glaube hier ist nichts ach so hier könnte man aber es muss mich noch mal paar die mir so gerade auffallen in der stadt schon mal ich glaube ich schwer da ist nix mehr kannst wird nach oben kommen ist da ist nix mehr oder was ich bin ja ich dachte wo geht es da sonst lang ja nochmal hoch hallo hallo genau genau jetzt schaut gerade nachher kompitz verziehlich schau dir weg schritte aber das ist halt aber das ist halt jetzt schaut er gerade weg ich mach mir den generator an jetzt schaut euch wieder her das sind aber noch andere zwei ne ja ich weiß schon jetzt geht er wieder weg jetzt geht er wieder her was für ein Arsch geht er wieder weg jetzt geht er wieder her äh ist das irgendwie so einprogrammiert wenn ich da kurz raus gehe dass das sich umdreht so instant jetzt geht er wieder weg geben das ja jetzt reagieren zu nett oder doch doch der eine kommt oder ich glaube es geht ja darum dass das übertönt irgendwie die schüsse oder so eigentlich können wir die jetzt alle alle drei sind das ne könnte man eigentlich rausnehmen mit dem gewehr aber das geräusch ist es nicht da dass es übertönt wird bei mir bei mir schon dann bist du zu weit weg schau mal dass du die zwei rechts erwischt und ich versuche den einen links aus zu merksen 3 3 1 1 der der einschuss überlebt das das so eigentlich hä unten rennt einer was da unten was will der jetzt von mir da ist noch ein zweiter nein nicht runter klettern achten bis sie nicht da ich weiß es nicht nach verdammt das das ich mag in 1 sehe ich aber ich die linken kommen wir nicht hin aber jetzt ist noch runter kletter wenn also ich könnte beide raus nehmen denn auf welchen kannst du schießen auf gar keinen kommen ich kann ich sehe da nichts ich glaube du warst die einzige stelle mit dem du die leute siehst kannst du nicht irgendwie so direkt neben mir hingehen jetzt und wenigstens ein da ist immer irgendwie immer im sichtfelden kurz vater ja genau aber wenn ich mich ja da hinstellen können jetzt könnte ich beide doch ja ich kann auch beide am schießen hier jetzt ok dann mache ich den rechten ich den link ok 3 2 1 ich hatte überlebt den ersten schuss sich fassen und gleich nochmal schießen haben wir es oder ja fast ich verstehe jetzt nicht manchmal ist brustschuss one hits manchmal net kann man jetzt irgendwie wieder deaktiven nehmen kack ja man naja gut dann äh haben wir jetzt den offizier ach neu wir sind ja immer noch ewig zweit weg von der offizier kack das ist die stadt das ist die stadt oh man dachte das ist die nächste offizier das ist so ne schlechte übersicht hier naja ja gut da müssen wir ja mit nahkampf hingehen ja ja ach nicht bc was ich hätte gesehen achso ok da meine künfte hast du unbedingt b brauchst um die zu markieren ja das ist glaube ich der größte kritikpunkt hier nur mit nur einfach hin zielen und zack markieren das wärs toll kommt der her das ist der einzige hier ne ne da ne muss man ne 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 kampf der andere ist mal den markieren schon der schockrad bisschen verdächtig jetzt nicht ob das zählt das wasser das war zu unlogisch ich bin dann zählt das nicht als gebüsch alles klar auch wenn es nicht diese typischen gebüsche sind mit diesen weißen blüten und zählt ist ja ich war gerade in so lila blüten gebüsch also also man muss ja ich bis auf den ton auch ich schenke ich dir habe ich hier mitgebracht das war das merkwürdige war eigentlich hat sie das geräusch gemacht aber ich habe die leiche auch reingelegt gehabt und ich glaube dass da der kopf rausgeguckt hat dass die leiche nicht vollkommen in der dinge war so ja wir auch wieder bloß eine falle ja stimmt aber wenn du mir sagen könntest bei deiner wehr könnte ich schießen von hier aus irgendwie laut karte lol direkt ach das wort hier das offizier also kannst du draufschießen also dass ich bewegen würde er bewegt sich ich überlege gerade ob ich könnte es pfeifen und geht es vielleicht weg und dann könntest du auf das ding schießen oder muss man jetzt reagiert oder vielleicht pfeifen jetzt haben sie reagiert geräusch gehört wer geht von den beiden wahrscheinlich der andere wäre offizierbar doch nicht checken oder hat aber ja gesagt soldat gehen sie mal noch schon geht er wieder zu mir da also der soldat kommt zu dir ja das meine ich dann vielleicht noch pfeifen aus genau gotter ist hinter dir ist noch einer also ein bisschen weiter weg aber den versuch du hast auch einfach egesband sobald er vor dir stand oder ja gut passt hatte das hatte das hat er das jetzt gesehen oder war ich jetzt im game das in game was jetzt wieder ausgestattet ja was auf g ist das scheiße da kommt der offizier alles klar erst zu mir gerannt der offizier der ist auch tot hat man sagen dass ich mich einfach mal ein bisschen rückziehe oder so was wir hier herren keine offiziers tot dann könnte man eigentlich zum nächsten punkt gehen oder die kamera noch gut machen dann kann man nicht weitergehen lassen die kamera da wo dieses kompass symbol ist ja dann werde ich doch mal links weitergehen Ja, Alter, holy moly. Beine runtergerutscht. Alles klar, okay, das ist schon mal gut. Ja, wir müssen aber irgendwie ein bisschen nach links, das ist eigentlich... Was macht denn der eigentlich? Den können wir eigentlich lassen, oder? Der interessiert mich jetzt eigentlich weniger. Da ist noch einer nicht markiert. So. Oh, da könnte man... Kann man da gut schießen, oder? Eigentlich... Es geht, weil es ist halt nicht... Ja, gut, es geht so. Manche, aber ich weiß halt nie, ob da noch einer in der Nähe ist. Und du kennst es ja, die Hörnisch ist ziemlich extrem. Den da könnte man rausnehmen, direkt vor uns vielleicht. Können wir mal hier vor uns vielleicht mal... Sollen wir den vor uns rausnehmen? Den da? Ja. Den da? Ja. Den könnte man glaube ich echt rausnehmen. Ja. Glaub ich auch. Wenn Lärm kommt, dann... Geht natürlich jetzt erstmal weg. Sehr gut. Sehr gut. Bitte, komm Lärm. Äh... Bleibt schon. Ja, äh... So. Jetzt kommt Lärm. Was ist mit dem Linken da? Ja, grad die Treppe hochkühlen. Den könnte man natürlich auch kühlen, ne? Ja, mach mal. Mach du. Wenn Lärm da ist. Okay. Ja. Jetzt. Mhm, Kiefer weg. Nice. Nice. Und wer ist alles alarmiert? Keiner? Oh, ich bin ganz über... What? Was? Ich verstehe das nicht. Es würde mich mal interessieren, wie lang spielen wir jetzt? Ja jetzt spielen wir wieder 47 Minuten. Ah ok, alles klar. Ah der andere ist. Ja ja, den nehme ich dann raus, wenn der Lärm da ist. Achso der linke da. Wie schaut's mit dem aus? Flugzeug. Ne. Die sind weiterverkipzig. Hm. Ah. Komm schon. Nein! Moment, wieso sind die hinter uns jetzt alarmiert? Wegen Lärm? Hä? Wir haben doch da gar nichts gemacht. Der hinter... Oh scheiße, warte mal. Ich versuch schon mal... Spamme! Wow. Knappe Geschichte. Na den anderen nehme ich auch raus, ey. Aber erstmal die Leiche nehmen hier. Achso, jetzt hat er die kaputte Kamera gesehen. Lärm, 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 Lärm! Boah. Oh Gott, das ist einfach nicht mal kit. What? Haben die jetzt meinen Schuss gehört, oder wat? Feind sucht? Was suchen die denn? Frag mich. Weißt du, die interessieren uns schon gar nicht mehr, aber die sind alarmiert. Das ist wichtig, ne? Nein, jetzt leg da hin! Oh, du Sack. Oh, was? Wie da... Oh, ey. Not bad! Wie geil! Du weißt... So, wie kommen wir da eigentlich jetzt runter, ohne zu sterben? Kommen wir da eigentlich runter, ohne zu sterben, jetzt? Sind die ganzen Cars wieder außen rumrennen, oder wie? Ne, hier geht's runter, oder? Ja, hier geht's runter. Ja. Ich war nicht schlecht. Ich wollte gerade eh spämen, und dann hast du eine Schoss, und dann hat er automatisch aufgehoben. Ja, weil er mich gesehen hat. Ja, ja, deswegen bin ich nicht hergerannt, und wollten gleich... Oh, alter, dieser Ausdauer. Gerade so, dass ich nicht gleich tot umkippe, ey. Ja. Ja. Und das ist irgendwie so ein... Elite-Soldat. Ja, Elite-Soldat, so... Das 20 Meter... Den Offizier würde ich noch gerne rausnehmen in der Folge, und dann... Ach, der ist hier in diesem Bereich, irgendwie. Ziel in der Nähe! Sehr schön. Hm. Vielleicht hockt der in... Ah! Naja. Vielleicht im Haus oder so was, aber das ist ein Soldat im Haus. Da unten ist einer, den könnten wir mal... Der ist nicht markiert, aber ich kann auch nicht markieren, weil... Ja, der andere ist das gleich hier. Ich könnte den erschießen eigentlich. Das hat niemanden interessieren, glaube ich gerade. Ach doch, da oben, in welchem Haus? Oh Gott! Ja. Achso, ich hab doch den meins rausgekommen. Nee, unter uns, in meiner Maul ist einer. Was? Achso. Und da ist der Offizier. Auf dem Balkon. Ah, ja. Den könnte man natürlich dann auch wieder schießen, wenn da drin ist. So, ich fände es. Genau, jetzt ist es leer. So, ich ihn raus schieße? Ah, ach, nee. So, ich hab den anderen auch noch markiert. Boah, ist das jetzt... Der Offizier kommt... Oh, oh. Nicht raus. Klatsch schnell nach. Oh. Oh. Ja, toll. Oh. Wir fahren nochmal gleichzeitig auf dem Balkon und... Oh, der eine links. Und wenn, dann leeren wir. Das wär toll. Aber wir müssen halt die zwei gleichzeitig weghauen. Hast du so gesagt. Ab jetzt kann ich auf den anderen schießen. Okay, ich auf den Offizier. Bitte leeren. Bitte leeren. Komm. Das wär so nice. Nein. Oh. Ah. Oh. Also ich kann doch auf den Offizier schießen. Schluckzeuge? Oder? Warte. Nein, nein, nein. Ich kann gerade voll die Probleme, weil er sieht mich... Er sieht mich... Oh, Alter. Wie ist das denn mit ihm jetzt aus... Einmal gesehen? Aber gut, irgendjemand zieht jetzt nach, das ist gar nicht mehr so schlecht. Aber jetzt hätten wir beide erschießen können, ne? Warum hat er mich aus dem Nichts gesehen jetzt, ey? Wieso hast du dich hier nochmal bewegt? Ich habe mich nicht bewegt. Ich habe mich ja bewegt, weil er mich gesehen hat. Deswegen habe ich mich da mal... Ach so. Boah, jetzt können wir beide gleichzeitig rausnehmen. Wir stehen gerade hintereinander. Boah, das wäre so nice. Lärm. Boah, die stehen gerade hintereinander, ey. Ah. 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 Ich weiß nicht, ob wir erstmal die anderen rausholen. Ich hoffe, der Offizier kann ja auch gerade schießen. Ich schau mal, dass ich die anderen rausnehme. Hilft nix. Ja. Ja. Die werden sofort animiert werden. Ja. Glück, sag ich eigentlich, wenn der andere auf dem Balkon steht, kann man den ja trotzdem... Weil der Offizier sollte das ja nicht sehen. Und wenn er das sehen sollte, können wir ja schochi sein. Und dann kann ich noch die andere auf dem Balkon... Ah. 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 doch mal speichern ja speichern es ist eine sehr sehr gute idee ich könnte auf den schießende auf dem balkon ist du könntest den unteren killen ja scheiße ist geräusch weg jetzt wäre es so gewesen beide auf dem balkon und dann die flugzeuge drüber du könntest den unteren kill weil der andere sitzt reingegangen ich verlasse mich jetzt vollkommen auf den worten ja noch alles gut der ist schon schön zu leben gleich nahm und verpiss mich tschüss tschüss so so die zwei sind schon mal weg das ist schon mal sehr sehr gut ja ich kann auch überlegen ob ich mich irgendwie reinmogel oder sowas der kommt raus oder rein mogeln und dann so ein schuss ich weiß nicht aber wenn jetzt die flugzeuge kommen könnte ich den auf dem balkon köln obwohl der schock großen fenster aus der effizient ich kann jetzt irgendwo nicht gut das soll ich auch ins haus kommen soll ich lieber so bist du draußen waren kurz immer gestehen draußen ich weiß nicht warum der plötzlich da ist der draußen das plötzlich ist der einer ist ja die haben eine schritte weiter ist der eine auch der steht draußen auf dem balkon kommt raus gerade nicht gut weil ich bin gerade voll eingekesselt von den beiden hoffentlich bewegt sich keiner mehr er hat sich umgedreht aber ich kann auch vom offizier schießen andere steht dran äußeren der eine ist tot dann braucht dann eigentlich noch zum offizier rein oder ich leite ihn raus ich schleich mich hoch macht mit der pistole oder nahkampf eins von beiden ja also er schaut richtung mir und steht noch auf dem balkon geschaut er weg ich hatte was gehört aus was kann ich kann es nicht mehr ich bin unten alles gut erst die leiche verschießen oder naja kann ich nicht mehr schließen er kommt wohl wo hat sich jetzt geschockt war gerade leeren leider nicht ja gut aber war eh keine mehr hier ne ich weiß nicht also bei mir wird gerade nichts angezeigt das sieht jetzt sehr nützlich sein aber du hast irgendwas aufgenommen beim ja beim ding der offizier hat das bei sich ja gut der schuss der hätte der war jetzt blöd na gut da kommt nur einer oder 1 2 3 4 5 6 7 läuft doch gerade bei mir sind alle gelb die sind alle sind alle in gedruckter haltung und suchen gerade ach so ja das unbedingt vermeiden diese schießen wenn nicht laut ist unbedingt vermeiden und so groß war die gefahr gerade nicht eigentlich ach so weil er so blöd rumgelaufen ist ja ja aber ich habe gesagt ich bin im unteren stockwerk er im oberen und ich habe eigentlich nur gewartet bis er runter rennt da hätte ich ihn raus aber funksprüche gibts da anscheinend irgendwie ne gott sei dank nicht weil das habe ich irgendwie noch so zu tun so scheiße er sieht ein gegner hätte zu erkennen weil in einem anderen spiel ist es dann schon zu spät naja leiche sieht eigentlich dann gleich alarm alarm ja in dem hier nicht so ganz aber wir sind wieder bei einer stunde und ich darf sagen in der nächsten folge killen wir den hauptpass hier jetzt also ich weiß gar nicht das ist der hauptoffizier und vielleicht fangen wir sogar dann die nächste mission dann noch an ich weiß nicht gut an danke fürs zuschauen und man zieht sich hoffentlich in der nächsten folge tschüss tschüss tschüss